Frankfurt, FFM, Dietzenbach, Digga, wir gehen rein in das Video, Sonja mit Rapperin, 3, 2, 1, ok, let's go, let's go, wenn das nicht so lange laden würde, Alter, ich liebe... Neues Intro, oder was? Ja, wahrscheinlich schon. Das ist wahrscheinlich... Naja, akzeptieren wir es, gell? Wo wollen wir gehen? Zu Papi, mein Nianyo. 20 Jahre alt, junger Mann und sagt, ach, ach, ja, mein Unfall, Lollum. 20 oder 40, naja. Ich weiß eigentlich nicht, wie alt du bist. Sein Alter weiß keiner. Was ist los? Sag mal gute Besserung. Assalamu alaikum. Hab ich schon gesagt? Inshallah. Warum machst du Scheinheiten vor Kamera? Was? Was? Inshallah, ihr bleibt alle gesund. Ich küss eure Herzen. Ihr seid Beste. Ich seh alle Kommentare. Ich küss eure Herzen. Warum bist du so aggressiv? Lass uns mal vorstellen, bis sie ins Studio mit Sonja sind, bitte. Sau, davor ist halt nur Vlog und so. 17 Jahre alt, Grieduberg, Drogen, Drogen und sowas. Ich hasse sowas. Ich hasse sie alle Sachen. Habibi, das Straße. Was hieß du sie? Straße Habibi! Jemeniak! Bei denen hab ich auch so irgendwelche Vorstellungen. Boah, das ist so ein Barbar-Bitch. Leute. Was hab ich jetzt? Der kersische Tuch dran, der denkt, der kann damit abnehmen. Es gibt's extra am Amazon oder auch in den Geschäften Sachen. Warum nimmt er ein Tuch? Ein Lanzmann. Dein Tuch hat das selbe Ding. Lanzmann. Was darfst du mit abnehmen? Ich hab wirklich... Welcher Sämel macht Tuch in seinen Baum rein? Also wickelt es hoch. Ja, es gibt immer Menschen, die Adjustments besonders sind. Wer? Wer? Zeig nochmal, bitte. Ich hab vor fünf Minuten gesagt, ich bin runtergefallen. Das war ein Unfall. Sie vergisst. Weißt du warum? Weil 24 Stunden der Kopf ist weg. Kiefern, trinken. Kiefern, trinken. Bestes Leben! Trinken. Beda. Vor fünf Minuten... Beda. Was hat ein Tuch mit einem Pflaster oder Verletzung zu tun? Ein Tuch, was man... Okay, 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 okay. Komm mit mir. Irgend so ein Scheiße. Kusch das Kusch auf die Niederlande. Irgend so ein Millimeter, hol doch. Ich weiß nicht, was mir das letzte Mal passiert ist, als ich eine Dose auf... Boah, bei mir auch schon lange nicht mehr, die Geile. Ihr kennt doch diesen Klopfteck. Ja, 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 ja. Kein Ding. Tatsächlich, dass ich klopfe nicht mal und da passiert nichts. Verstehst du was? Coca-Cola. Tschüüüüüüüüüü. Guck mal, der tut einen auf. Was drückst du mich? Der tut einen auf, der tut einen auf. Der tut einer auf, der tut einen auf. Ich hoffe... Was drückst du mich? Sei mal leise. Sag mal leise, wenn ich rede. Sei mal leise, wenn ich rede. Sag mal leise, wenn ich rede. Rät normal. Rich red doch normal, ich rede normal. Warum drückst du mich? Warum? Dann antworte jetzt hiermit ja, ich will. Ja, komm mal her. Komm her, wo ist er her? Du, der versteht nicht mal, was du meinst, Walla. Komm mal her. Wo ist er... Digga, Sonja hat auch einen Traum gegen Kasem immer, ey. Kasem aka Scharokan, dann antworten Sie jetzt hier bitte mit Ja oder Nein. Ja oder Nein. Ja, ich will. Oder? Sie dürften jetzt antworten. Sippe, wollen Sie? Ja. Sag mal bitte ja. Wir hören zu, wir sind ganz ohr. Eine richtige. Wir sind ganz ohr. Wir wollen schon Alarm. Wir wollen schon Alarm. Ich kann nicht ernst nehmen. Was lang? Ja, nein. Lass mal eine Studio-Session vorspulen, Digga. Das ist alles lustig und so. Wir haben auch viel Spaß. Ich will echt hören wie die Rap, Digga. Auf jeden Fall, es muss Plus sein, weil ich mag nur große Handys und keine kleine. Und meine Finger sind eh fett wie keine Ahnung was. Dann hier einmal gehe ich Sachsenhausenfeld runter, bitte will ich ein Handy haben. Ich hole mir Ketten und Kette, Kette. Dietzenbach. Yeah. Jetzt geht's los. Die Rettung von Deutschrap 2022. Man muss sagen, Sonja Dietzenbach auf die Karte gebracht. Digga, ich schwöre auf alles hat die. Ich kannte Dietzenbach davon. Ich kannte Dietzenbach auch nicht. Keiner kannte Dietzenbach, nur die Frankfurter. Also an alle Dietzenbacher, ihr wisst ja, wir müssen Sonja supporten. Eigentlich, man muss sich auch eigentlich bedanken und so. Ihr macht das schon, Digga. Jetzt. Dieser Schock, leg Stock auf dem Boden. Stopp, stopp. Du hast wie der Paras gesagt. Ja, stimmt. Ey, ich vergiss. Diese Rrrr. Habe Marki Rapper gewonnen hier mit Dings und so. Tipps geben und so. Kennen wir. R mit R. Manni Kartel, ey. Siehste. Die will doch da gescheit werden. Ja, die will unbedingt Kapp und Manni Kartel und so. Krang. Du musst nicht direkt laut werden. Du kannst auch in der Mitte laut werden. In meinem Block werden Paras geschoben. Fizzer Stock, leg Snook auf dem Boden. Fick dich mein Kopf denn, ich kann auch ohne Drogen. Brüche deinen Kopf, jetzt ein Wachl, fick dich dritten. Egal, egal, alles gut, Digga. Nochmal. Neuer Take. Take. Zehn. Ey, diese Fick habe ich... Ja, egal. Du musst weitermachen. Nochmal, nochmal. Noch eine, komm, noch eine. Ja, okay. Robin. Fizzer Stock, leg Snook auf dem Boden. Nein, 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 nein. Ah, nein, wieder R. Ich fack... Ja, okay. War der letzte. Ich schaff meine Mutter. Boah, mach ruhig richtig. Hab keinen Druck. Ey, uah, Fick mit her. Die ist in den Bach. Schießt, wir gehen mit dem Bach, man. Don't play with her. Mach keine halben Sachen, Jungs. Sie verstehen dich ja gar. In meinem Block werden Paras geschoben. Fizzer Stock, leg Snook auf dem Boden. Fick nicht mein Kopf, denn ich kann auch ohne Drogen. Brich dir deinen Kopf, Dietzenbach. Fick deinen Toten. Ey, uah, Fick bitte, Dietzenbach. Ey, uah, Dietzenbach. Ey, uah, Dietzenbach. Digga, ihr lacht über die Frau. Die Frau geht viral, Digga. Ich will nicht wissen, wie der Song abgeht, wenn er rauskommt, Digga. Glaubt mir. Die Leute werden lachen und so, ne? Die werden das mit Lächeln. Nein, es gibt schon ein Label, das heißt Money Cartel. Die nennt sich, glaub ich, deswegen so. Bruder, Money Cartel ist doch das Label von Kapo. Ja. Hat doch Label, Money Cartel. Ey, 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 ey. Der hat nicht Deutsch gelernt, der hat Deutsch verlernt. Was, Deutsch? Lauer. Okay. Akzeptieren wir auch, Digga. Was, Deutsch. Der versteht das. Der hat gelernt, du wieder verlernt. Ist Deutsch, ja. Nö, Mensch. Nö, Mensch. Nö,larıbrüppkameranwender, göttdüge, oder? Sausse ne? Se, kik. Ey, Uhru, mach mal Armdrücke mit Fatih, um 100 Euro. Um 100 Euro? Fati hat gesagt, wenn einer gegen ihn verliert, 100 Euro. Nö, nicht so, lass mich schellig, warum. Komm, ey. Ze, Helm geellem brüe. Im rhein, gib' über, komm's. 100 Euro hat er gesagt, wenn einer gegen ihn verliert. Komma. Ich habe schon lange kein Armdrücken mehr gemacht, Alter, ehrlich. Bei Armdrücken, die Leute schummeln und so, die machen so und so. Kein Armdrücken, wir schießen direkt. Bruder, geh ich nicht. Du musst du Finger nehmen. Okay. Ja, ja. Auf die Plätze, fertig, los. Drück, drück. Wow. Nein, alle, der hat komplette Gifte. Das war, das war, Bruder, der tat das Kampf laut. Der tat das Kampf laut, bitte, guck mal nochmal. Rewind. Okay, okay. Ja, ja. Auf die Plätze, fertig, los. Drück, drück. 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 Das ist nicht korrekt. Bruder, man darf da auch nicht so... Das ist nicht korrekt. Bruder, man darf doch auch nicht so... Ja, du pumpen auch schummeln, muss man sagen. Das ist nicht korrekt. Chill doch mal pumpen, Junge. Mit Abstützen und so, Digga, chill. Leere gelagert, dann hat der noch 90 Kilo auf eine Seite. Guck mal, ich sage euch eine Sache. Guckt mal, Weltmeisterschaften beim Armdrücken, die sagen, ey, der benutzt seinen Körper. Ey, alle, die Weltmeister beim Armwrestling sind, schaut mal, wie die drücken. Die lassen sich auf den Boden fallen. Hier geht's um Reißen, Ziehen, Drücken. Glaubt mir! Sonja! Ja, ein Scheibassas mit dem Video, ja? Ey, stark, ja? Na ja, Digga. Auf jeden Fall, Sonja... Ich bin auf jeden Fall gespannt auf Sonja Manikatelle. Ich werde sie auf jeden Fall unterstützen und ich werde auch auf jeden Fall auf diesen Song reagieren, ne? Weil ich sage euch auf Ansage, der Song wird viral gehen, ne? Viral. Und ich supporte das, weil ich liebe Sonja. Beste Frau. Wilde. Skat Lars und dann werfen Sie, Vielen Dank.